Also, dass man richtig auf Wodka trinken kann, wenn man Wodka trinken kann, man braucht Brot, Tomaten, gesalzete und Wodka, normale. Aber bitte kein Eis reinschmeißen, weil Eis ist Wasser. Also wenn man Wasser reingibt, das ist eine Scheiße. Also, normale Wodka ohne Eis, Tomaten, Pomidorki und Brot, schwarzes Brot. Gut, man nimmt ohne Frankfurter. Und ganz wichtig, rausatmen. Komplett rausatmen. Dann trinkt man. Und dann Tomaten. Also, noch einmal. Jetzt zeige ich die Realität. Noch weiter wegatmen. So kann man auch reines Spiritus trinken. Vielen Dank für die Zuschauen. Ah, wozu braucht man Brot? Zum Riechen nach Wodka. Dankeschön.